Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Warnhinweis vor einer neuen Betrugsmasche beim Online-Banking. Bankkunden werden dabei auf täuschend echte Fake-Webseiten geleitet. Seit Jahresbeginn sind bereits über 100 Anzeigen wegen einer Betrugsmasche beim Online-Banking erstattet worden. Der Schaden beläuft sich auf einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Polizei warnt. Bei dieser Betrugsmasche werden Bankkunden, die über eine Suchmaschine auf die Webseite ihrer Hausbank gelangen wollen, auf täuschend echt aussehende Fake-Webseiten geleitet. Beim Login zum Online-Banking erfolgt dann eine Fehlermeldung mit der Aufforderung, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen, weil das Konto angeblich gesperrt sei. Hier fordert ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank den Fernzugriff auf den Rechner des Kunden, um das Problem beheben zu können. Den Tätern gelingt es so, Zugriff auf das Konto von eurem Online-Login zu kommen. Also vom Opfer. Und somit kann man beispielsweise auch weitere Software installieren, wenn einmal der Zugriff auf euren Rechner gewährt wurde. Per Videoident wird hier sehr gerne noch zum Beispiel der Personalausweis oder die Rechnung vom Stromanbieter innerhalb der letzten drei Monate gefordert. Die Täter eröffnen anschließend ein Konto bei der Online-Bank auf den Namen ihrer Opfer. Zur Identifizierung werden die Opfer aufgefordert, ein Videoident-Verfahren durchzuführen oder eine Ausweiskopie hochzuladen. Dies sei angeblich erforderlich, um euer Bankkonto wieder freizuschalten. Im Anschluss hierzu veranlassen die Täter Überweisungen auf die so angelegten Konten. Die Opfer werden in diesem Zusammenhang aufgefordert, die entsprechenden Transaktionsnummern, also die TAN oder beziehungsweise die EITAN, mitzuteilen. Dies sei angeblich nötig, um die Freischaltung des Kontos vollständig abzuschließen. Die Polizei rät. Besucht die Webseite eurer Bank nie über eine Suchmaschine bzw. über eine Verlinkung, zum Beispiel in einer E-Mail. Erlaubt den unbekannten Personen unter keinen Umständen Zugriff auf euren Computer. Im Zweifel ruft den Kundenservice eurer Bank an und auch nur über die selbstrecherchierte Telefonnummer. Im besten Fall direkt aus euren Papierunterlagen, die ihr von der Bank habt. Übermittelt niemals Ausweiskopien im Internet. Auf keinen Fall irgendwie blanko einfach den Ausweis durch die Gegend schicken. Im Zweifel macht den Namen eurer Bank drauf und das Datum von heute. Und auch den genauen Grund, warum man diese Kopie erstellt hat. Einfach direkt quer mit einem Bildbearbeitungsprogramm über die Kopie schreiben und dann erst weiterleiten. Das Video-Ident-Verfahren ist nur nötig, um ein neues Konto bei einer Online-Bank zu eröffnen. Führt es nicht zu anderen angeblichen Zwecken durch. Also lediglich nur zur Eröffnung eines Kontos. Nicht mehr zwischendurch. Die TAN bzw. die I-TAN ist Bestandteil der sogenannten Zwei-Faktoren-Authentifizierung und nur für den Kontoinhaber bestimmt. Gebt also niemals eine TAN oder eine I-TAN oder einen SMS-TAN von einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung weiter an dritte Personen. Kein seriöser Mitarbeiter würde euch hierzu jemals auffordern, das ja mündlich weiterzugeben. Grundsätzlich gibt es mit Bankgeschäften noch viele, viele weitere unseriöse Geschichten. Zum Beispiel, dass ihr E-Mails bekommt. Dass ihr angeblich euer Bankkonto mittlerweile mal wieder verifizieren müsst, weil ihr euch lange nicht eingeloggt habt. Das ist Quatsch. Die Bank schickt euch so etwas nicht. Wenn ihr E-Mails von eurer vermeintlichen Bank zugeschickt bekommt, dass man sich warum auch immer einloggen soll, kann man gerne tun. Loggt euch dann allerdings immer unter der www.adresse selbst ein. Also gebt das oben in eurem Browserfenster ein. Also im Internetfenster. Und klickt nicht einfach auf Links. Denn Links können sehr, sehr oft manipuliert sein. Dass die Webseite dahinter zum Beispiel nicht die Webseite ist, auf die ihr eigentlich gelangen möchtet. Dabei sehen die Fake-Webseiten oftmals täuschend echt aus. So echt, dass man glauben könnte, dass sie von eurer Bank gekommen ist, die E-Mail. Und auch die Webseite dazu passt. Tragt ihr nun hier eure Daten ein. Loggt ihr euch nicht bei eurer Bank ein. Ihr übermittelt die Daten über ein Formular direkt auf den Server des Betrügers. Und dieser kann sich dann unter Umständen in euren Login einloggen. Ruft ihr hierzu noch eine Telefonnummer an und gebt dann auch noch eine PIN durch. Dann kann euch niemand verlorenes Geld zurückerstatten. Denn die Täter wussten ja den Zwei-Faktoren-Authentifizierungspin, wenn ihr diesen weitergegeben habt. Grundsätzlich sollte man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Auch bei Amazon, Ebay und Co. Nutzt nicht die E-Mails oder die Links in den E-Mails, um auf dessen Webseite zu gelangen. Tippt es manuell in den Browser ein oder nutzt die bekannte App, die ihr vielleicht sowieso schon auf eurem Telefon installiert habt. Nur so kann man sich davor schützen. Wenn man einfach auf Links drückt, ist nicht nur die Gefahr, dass man auf eine Fake-Webseite gelangt. Man kann auch beim Klicken des Links Standortdaten und sämtliche Informationen von eurem Computer mitsenden. Dafür gibt es verschiedene Programme. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir alle nie verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.